Event Elevator befindet sich heute bei B&K Braun und neben mir sitzt der Leiter des Unternehmens Hartmut Braun. Herr Braun, die Branche hat zur Zeit den Eindruck, dass B&K Braun seit einiger Zeit eine ganz große Qualitätsoffensive startet. Ist das richtig? Da ist auf jeden Fall was dran. Die Firma B&K Braun wird sich komplett neu reorganisieren, neu aufstellen, visionär in die Zukunft schauen und zwar auf mehreren Ebenen. Wir werden sehr viel Geld in die Innovationen stecken, in neue Produkte im LED-Bereich. Wir werden sehr viel Geld in den Neubau stecken, wo wir einen kompletten Neubau mit 10.000 Quadratmetern erstellen. Wir werden neue Leute einstellen. Wir haben eine komplett neue Software in kompletter Finanzbuchhaltung plus Rechnungswesen, Warenwirtschaft im Anlaufen jetzt schon. Und wir werden uns komplett neu aufstellen und in die Zukunft schauen. Auch die Vertriebsprodukte, die neu hinzugekommen sind im Lichtsektor, wie beispielsweise die Medienserver von Green Hippo ganz aktuell, gehen ja in diese Richtung. Ist denn für die Audiosparte von B&K Braun ähnliches geplant? Für den Autosektor haben wir mit unserer Cirrus Pro eine Mittelklasse-Marke. Da sind leichte Verbesserungen geplant, aber unsere Stärke liegt mehr im Lichtbereich und im Traverse-Bereich, wie jetzt sagen wir im Sound-Bereich. Da ist im Moment nichts Größeres geplant. Die neuen Märkte, die mit diesen qualitativ hochwertigeren Produkten angesprochen werden sollen, auf welche Art und Weise sollen die denn erschlossen werden? Die neuen Märkte sollen erschlossen werden durch Außendienstvertrieb. Wir möchten sozusagen noch Außendienstvertriebler einsetzen im Traverse-Bereich, im LED-Bereich, für Theater, für mehr On-Stage, mehr für die großen Verleiher. Werden wir mehr auf den Außendienst bauen in Zukunft. Jetzt steht ja in Kürze die ProLight & Sound ins Haus. Worauf darf sich denn der Besucher da freuen? Also die ProLight & Sound ist für uns das wichtigste Messeereignis im Jahr und wir werden dieses Jahr noch eine Schippe auflegen. Das heißt, wir haben den Stand Phoenix, wir haben den Stand Global Trass, wir haben den Stand B&K Braun, wir haben den Stand mit GLP G-Lag. Also das heißt, wir sind eine sehr große Gruppe von Karlsbad aus oder die Braun-Gruppe, wie ich es als nenne ein bisschen. Und da haben wir Neuigkeiten auf jeden Fall auf dem B&K-Stand in größerer Auswahl mit innovativen Produkten. Und neben der ProLight & Sound, welche Messen sind denn noch besonders wichtig und interessant für B&K Braun? Die Messe Nummer 1 ist die ProLight & Sound, in der Messe Nummer 2 ist die London Plaza und dann noch die Showtech all zwei Jahre und die werden wir überall präsent sein. Und merken Sie denn schon Auswirkungen der aktuellen Geschehnisse in Japan? Wir hoffen nicht, dass Japan da länger schwächelt. Wir haben jetzt schon Auswirkungen auf unseren Produktionsbereich, was elektronische Bauteile betrifft. Also das heißt Verzögerung und natürlich Preiserhöhung in diesem Bereich. Herr Braun, vielen Dank für das Gespräch.